Die Geschichte von der Ego-Maus Ich bin die Ego-Maus und die anderen Waldbewohner sind sauer auf mich. Wir sind Waldbewohner und die Ego-Mauser keinen benehmen. La 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 la. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Mäuse-Junge. Und was machst du hier? Ich erkunde die Landschaft. Aha, ist ja sehr interessant. Ego-Maus, halt warte doch. Mann, was hat die denn jetzt schon wieder? Sie, sie kann doch nicht einfach immer weglaufen. Ach komm, ich zeig dir alles. Hey Leute, hab ich irgendwas verpasst? Nicht viel, komm, wir erzählen's dir. Hey, wartet doch bitte. Mensch Leute, wartet doch. Komm, wir erzählen dir alles am See. Okay, dann los. Hey Leute, guckt mal, seh ich nicht... Mann, lasst uns doch mal in Ruhe. Ich denke, ich sollte mich entschuldigen. Entschuldigung, Leute. Okay. Hey Ego-Maus, warte mal. Ich mag dich. Wirklich? Komm, wir feiern und machen ein Picknick. Oh ja. Und ihre Liebe und Freundschaft hält noch ewig. Wirklich? Okay. Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020